So Leute, aus die Maus! Für euch geht natürlich wieder ein Vlog um und für euch ist natürlich neue Trainingsmusik am Start. Ich liebe Musik beim Training, gefühlt ohne geht gar nicht mehr. Swipe ab, da kommt ihr zu meiner Playlist und entdeckt mal ein bisschen was Neues für euch. So, May hat Hunger, hat die ganze Zeit geweint, Frau muss Flasche machen, legt sie hin, sie fängt wieder an zu weinen, deswegen muss der Flying-Fliegergriff hier standhalten, der regelt das schon. So, im Büro angekommen und Stefan hat das Neues wieder für mich. Das sind zwei neue Ways, aber mehr würde ich nicht verraten. Ihr seht, die Ways sind wie Wasser, guckt euch das an. Zeig. Also nichts cremiges oder so. Okay. Das wäre schon wieder so Blueberry-Fram oder so, oder? Aha! Gar niemand schlägt gerade. Oh ja. Das ist wie gesagt das erste Muster, du könntest das noch bearbeiten. Ja. Ich muss sagen, der gefällt mir nicht. Und was fällt dir da? Ich finde das zu künstlich süß, da ist zu viel Süße drin oder so. Aber das geht schon geiler. Ja, der ist ein bisschen angenehmer. Was für ein Geschmack schmeckt das hier aus? Was ist so Afrikose-Kram oder so? Ja. Also hier dieser Tropic, ne? Der Tropic, ja. Ja genau, so diese Haribo-Tüte mit dem Vogel auf Verpackung. So danach schmeckt das. Und der gefällt mir viel besser. So, wir drehen jetzt hier wieder was Feines. Ich soll hier wieder ein paar Charaktere spielen. Ardix baut hier gerade die Kamera auf. Sein professionelles Licht, was er bestellt hat und unbedingt haben wollte, ist auch am Start. Du liebst das Licht, ne? Mega! Besser als das? Ja, ne? Und deswegen haben wir hier noch ein bisschen zu tun. Und ja, Alex räumt bei Neosubs richtig auf, beziehungsweise werbelt er auf. Geht mal bei Neosubs auf Instagram vorbei in den Storys. Das Ding ist, er berichtet jetzt alles. Alex vloggt auf Neosubs, zum Beispiel wie entstehen Produkte, wie entstehen Videodrehs, wie machen wir die Geschmackstests und so weiter. Das ist richtig interessant. Folgt mal Neosubs auf Instagram. Und die Grafikerin Kira hat die Geburt gesagt, guck mal, bedient euch gerne. Kira. Oh, ich habe eben Kira in der Story mit C geschrieben. Sie hat mit K geschrieben. Es tut mir leid. Meine damalige Liebe, wo ich zwölf war. Ähm... Das heißt Liebe, aber... Erste Mädchen getestet, sie hieß auch Kira. Und ich wurde mit C geschrieben. Deswegen dachte ich, mit C. Mhm. Ja. Nehmen wir mal einen neuen Tag noch rein mit mir, ja? Danke, Kira. So, Leute. Wieso? Ich muss jetzt nicht Charaktere spielen. Jetzt habe ich Kevin nach vorne. Nicht wundern, weil ich gleich einen Typen spiele, der die Kevin nach vorne hat. Wie sieht das Wort aus? So wie in Raheemann. Ich wollte nur eigentlich sagen, Vlog ist online, Leute. Eine fette Zeck haben wir am Start gehabt. Swipe up und viel Spaß. Daher bin ich bei mir. Ich habe Zeit. Ja. Ja. Und jetzt geht jetzt. Sie haben ja auch einen Tag mit mir. Wir gucken. Ich bin jetzt mal. Ich werde dir... Ich bin jetzt. Okay. Ich bin jetzt. Oder ich... Wernenden. Aber ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020